Vor einer Woche hat die SPD in Leipzig ihren Parteitag abgehalten. Es war ein Parteitag der Depression. Es war ein Parteitag der Depression. Und liebe Freunde, wir können heute zeigen, bei uns geht es anders. Die CSU in München feiert einen Parteitag der Motivation und des Aufbruchs. Für uns ist und bleibt auch eines vollkommen klar. Mit den Linkskommunisten koaliert man nicht. Die Linkspartei bekämpft man. Das soll sich Gabriel mal hinter die Ohren schreiben. Es ist ein Armutszeugnis für die SPD, wenn sie sich selber nichts mehr zutraut, sondern sich der Linkspartei ausliefert, liebe Freunde.